Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von German Junior TV, neben mir habe ich zwei die den Weg bereits ins Viertelfinale geschafft haben und das als eine kleine Sensation. Daniel Hess und Julian Vogt, erstmal herzlichen Glückwunsch Jungs. Dankeschön. Daniel, ihr seid ungesetzt und jetzt seid im Viertelfinale und müsst morgen spielen. Wie fühlt es sich an? Es ist schon ein gutes Gefühl, also die Auslösung hat jetzt auch ein bisschen für uns gespielt, aber gerechnet haben wir damit trotzdem nicht. Also es ist schon ein gutes Gefühl. Sowohl eure erste Runde als auch das Spiel gerade eben gegen die an vier gesetzten Engländer war sehr souverän. Zwei Sätze, einer immer relativ hoch. Gibt es was, worauf ihr besonders stolz seid, wo ihr sagt, ja das hat richtig gut geklappt heute? Ja, gut geklappt hat, hat vor allem das Angriffsspiel durchgebracht, haben früh in Angriff gekommen, sind und das sind halt unsere Stärken und dann gewinnen wir auch die meisten Spiele hier. Daniel, morgen geht es jetzt gegen zwei Koreaner. Ich denke, da hängt der Schinken noch ein Stück weiter oben. Wie bereitet man sich jetzt heute Abend auf so ein hochklassiges Spiel vor? Ja, also ich denke, wir werden uns erstmal im Hotel entspannen, in Ruhe darüber sprechen, was können wir machen, was können wir aus dem Spiel mitnehmen und dann einfach ohne große Erwartungshaltung probieren, unser bestes Spiel zu machen und aus dem Spiel was mitzunehmen und vielleicht sogar zu gewinnen. Julian, wenn du dir so dieses Turnier hier mal betrachtest, sowohl von der Konkurrenz auch als auch so von der Stadt Berlin, was würdest du dazu sagen? Auf alle Fälle ein cooles Turnier. Es gibt zwei Turniere im Jahr, wo die Asiaten nach Europa kommen. Das sind hier, die haben Juniors und Dutch Juniors. Und natürlich freut man sich dann, wenn man gegen Asiaten spielen kann und sein bestes Spielmachter auch mal gewinnt gegen die. Und ja, auf alle Fälle cool. Letzte Frage. Die nächsten Wochen, ich meine, so ein Wochenende schlaucht und geht mal vorbei, aber wie sehen die nächsten Wochen so bei euch aus? Ja, also erstmal werden wir jetzt wohl normal wieder ins Training hier einsteigen, bis wir dann so in zwei Wochen zur Schul-WM nach Malta fahren, wo wir dann halt auch mit Sicherheit den einen oder anderen Asiaten wieder treffen werden. Ja, das hört sich doch gut an. Also, wenn ihr die beiden morgen hier im Viertelfinale zum Sieg schreien wollt, ich meine, das wäre eine absolute Sensation, wenn wir hier ein deutsches Halbfinaldoppel hätten, dann kommt vorbei hier morgen in die Sporthalle im Sportforum Berlin und dann könnt ihr die beiden Jungs eventuell wiedersehen. Und vielleicht ist ja sogar eine Medaille drin. Schauen wir mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.